Das Spiel ist mal wieder komplett unter meinem Radar geschwommen und das anscheinend nicht nur unter meinem. Das Spiel hat damals einen nicht wirklich großen Hype erfahren und verkaufte sich wohl eher schleppend. Durch ein Video von dem guten SNES Maniac bin ich jedoch auf das Spiel aufmerksam geworden und mir gefiel sofort das Ziel. Wie immer empfehle ich euch den Kollegen natürlich sehr gern und verlinke das Video unten in der Beschreibung. Was taugt Disney Donald in Maui Mallard für Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Eurocom entwickelt und 1996 von Nintendo selbst veröffentlicht. In Amerika heißt das Spiel leicht anders, schlicht Maui Mallard in Cold Shadow. Warum auch immer. Ihr spielt Maui, den Detektiv und er sieht ziemlich genau aus wie Donald Duck. Ihr habt den Auftrag bekommen die vermissten Shaboom-Idole wieder zu finden. Also macht euch auf in das Abenteuer. Kleiner Fun-Fact am Rande. Diese Figur von Donald hat keinerlei Film- oder Comicvorlage. Sie wurde ausschließlich für dieses Spiel erschaffen. Ihr seht es auf den ersten Blick. Im Prinzip erwartet euch ein Standard-Plattformer. Ihr streut den Detektiv Donald durch die verschiedenen Level, löst kleinere Rätsel, erledigt Feine, sammelt Schätze ein und überwindet natürlich diverse Plattformen. In eurer Normalform habt ihr dabei eine Pistole bei euch, die Käfer verschießt. Klingt irgendwie eklig, aber dass es Käfer sind, erfahrt ihr eigentlich nur im Handbuch. Seht tue ich da zumindest nichts oder ihr etwa? Im späteren Spielverlauf könnt ihr dann noch andere Munitionen einsammeln, die dann natürlich etwas mächtiger ist. Schießen könnt ihr dabei in acht verschiedene Richtungen. Darüber hinaus könnt ihr dann noch ganz normal springen. Soweit also so gut. Aber es gibt einen zweiten Modus. Wenn ihr die Yin-Yang-Münze habt, könnt ihr euch in einen Ninja verwandelt. Ja, ich weiß, passt logisch zum Spielsetting und überhaupt. Aber hey, einfach nicht nachdenken und sich über die Abwechslung freuen. Der Ninja hatte natürlich keine Pistole mehr, sondern da einen Kampfstab. Außerdem nutzt ihr diesen dann auch, um spezielle Hindernisse zu überwinden. So müsst ihr im späteren Verlauf immer genau schauen, mit welchen der beiden Charakteren ihr die momentanen Rätsel lösen könnt. In den verschiedenen Leveln ist es dann eure Aufgabe, möglichst viele Schätze zu sammeln und zum Ausgang zu gelangen. Die Abschiede sind dabei zum Glück auch nicht sehr linear aufgeteilt und so lädt das Spiel zum munteren Erforschen ein. Auch die Umgebung sind sehr liebevoll und effektionsreich gestaltet. Hier punktet das Spiel deutlich. Die Steuerung ist bei dem Ganzen jedoch etwas der Knackpunkt an dem Spiel. Keine Angst, sie ist jetzt nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Solide würde ich sagen. Manchmal ist es auch schwer zu erkennen, was jetzt eine Plattform ist und was nicht. Da braucht ihr auf jeden Fall etwas mehr Eingewöhnung als nötig ist, aber dann geht das auf jeden Fall. Damit ihr das Spiel nicht an einem Stück durchzocken müsst, gibt es zum Blick ein Passwortsystem. Und ihr wisst, wie sehr ich das immer schätze. Kommen wir nun zur technischen Seite des Spiels. Ihr seht es ja schon die ganze Zeit selbst. Es sieht einfach fantastisch aus. Die Animationen sind sehr liebevoll gestaltet und die Umgebung strotze nur so vor Details. Hier merkt man in dem Spiel das späte Erscheinen auf jeden Fall an und es wurde mit sehr viel Liebe so einiges aus dem System herausgeholt. Aber nicht nur grafisch überzeugt das Spiel auf der ganzen Länge, der Sound braucht sich da auch nicht zu verstecken. Das Spiel steht technisch wunderbar da und ist in Würde gealtert. Einfach zeitlos. Was taugt Maui Mallet für den Super Nintendo also heute noch? Ich muss sagen, ich bin begeistert von dem Spiel. Klar, perfekt ist es nicht, aber es hat einfach einen super Charme und die überragende Technik tut sein Übriges dazu. Für mich eine klare Empfehlung für jeden Plattformer-Liebhaber. Das Spiel ist zu Unrecht nicht so bekannt. Das war der Test zu Maui Mallet für Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat! Wisst ihr was zu tun ist? Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Machts gut. Tschöööööö. Bis zum nächsten Mal.